Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen einen besonders leistungsfähigen Staubsauger vorstellen, den Sie nur bei Coop zu einem wirklich stundlichen Preis bekommen. Der Schlittenstaubsauger Satrap Classic hat für den Teppich eine drehbare Pedaladüse mit einer speziell grossen Auflagefläche. So einfach ist das Umschalten auf die Bürste für die glatten Böden. Der Satrap Classic bietet Ihnen aber noch viel mehr. Hier die Fugendüse für schwer zugängliche Stellen. Die Polsterdüse, die man auch im Auto brauchen kann. Bei leichten Sachen wie Vorhänge kann man die Zugkraft so einfach reduzieren. Dank dem Rahmengitter werden die Gardinen nicht in die Düse hineingesogen. Hier hat die Langhaarbürste eine viel grössere Wirkung als zum Beispiel eine Staublumpe. Und dort ist die Kurzhaarbürste viel besser als eine Kleiderbürste. Der Satrap Classic von Coop hat sogar eine Radiatorenbürste. Jetzt noch schnell schauen, ob es einen neuen Staubsack braucht. Abstellen. Und 6 Meter lange Kabel reinziehen. Alles ohne Bucke. Der Satrap Classic gibt es in allen grösseren Coop-Center und Coop-Warenhäusern. Und zwar weitaus günstiger als vergleichbare Modelle. Und erst noch mit einer Jahresgarantie und mit einem erstklassigen Coop-Service. Und falls Sie noch mehr über das Satrap Staubsaugerprogramm wissen möchten, dann schreiben Sie an das Coop Mittwochstudio Satrap Postfach 4091 Basel. Aber jetzt Achtung! Für den 10'000 Franken Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte an das Coop Mittwochstudio Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 24. April. Die Aufgabe ist ganz einfach. Notieren Sie drei von den Coop-Aktionsangeboten, die jetzt gerade kommen. Und wieder schauen. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop die Lola-Schocken 20-30 Kg günstiger. 800g Midi-Delikatessegurken kostet statt 2.65 Fr. nur 2.10 Fr. 500g Exzellento Bohnenkaffee kostet statt 8.50 Fr. nur 7.60 Fr. Und 250g statt 4.50 Fr. nur 4 Fr. 10 tiefgekühlte Goldstar Fischsticks paniert statt 2.85 Fr. nur 2.30 Fr. Günstiger sind nur morgen über Monat am Samstag bei Coop Gala frisch Eierteigwaren. 500g feine Hörnchen oder Spaghetti kostet statt 1.40 Fr. nur 95 Fr. Und hier die aktuellen Coop Preisschlager. Vier paar Strumpfhosen für sage und schreibe 4.50 Fr. Und ein paar Herren Socken kostet nur 2.50 Fr. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen! ande Körbohra 1.2 EINTA 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2 1.3